Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff sind zwei Flugzeuge in das World Trade Center gestürzt. Wir werden kämpfen, das verspreche ich euch. Lehrbuchtaktiken werden uns hier nicht weiterhelfen. Freund und Feind sind nicht zu unterscheiden. Das Kampfgebiet ist von unzähligen Kriegen verwüstet. Wer behauptet, dass er so etwas schon erlebt hat, lügt sie an, Sir. Es ist schwer zu begreifen, wie kann man seine Familie lieben und dann in den Krieg ziehen. Nach der Landung stoßen wir zu einem Warlord, über den wir fast nichts wissen. Wir werden reiten. Ernsthaft? 50.000 Al-Qaida-Kämpfer gegen ihre Zwölfmann-Armee. Wieso folgen Ihnen diese Männer? Wen haben Sie getötet? Sie wollen sehen, wie ich töte. Bringen Sie mich zu den Taliban und ich zeig's Ihnen. Ich werde keinen Mann verlieren. Wir werden Sie besiegen. Es ist mir egal, wie lange du weg bist. Komm nur zu mir zurück. Ich möchte, dass du es sagst. Ich komme wieder zurück. Ich komme wieder zurück. K- White-Görings handel. Untertitelung des ZDF, 2020